Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mach euch heute ein Make-up-Defektorium. Fangen wir an. Ich bin ein Gewehr vom deutschen Militär und ich stand, stand in einem Schrank. Ich gehörte einmal dem deutschen Militär, jetzt bin ich zu Hause bei Frank. Manche sammeln Münzen oder Platten von Schär. Frank, Raub, Großkaliber, Munition bei der Bundeswehr. Ne Handvoll an Granaten hier und mal ne Teller, Miene da. Es ist so einfach, Frank, ich hab zart. Immer wenn er Bock hat, nimmt er was mit. Maschinenpistolen und übermeldet. Was halt hier so rumsteht, was halt so vom Laster fällt. Alle gucken weg, doch jeder reißt. Frank hat grad was eingesteckt, das liegt in seinem Keller. Bis er es mal braucht. Frank sagt, man weiß nie. Und brauchst du ne Pistole? Oder ein bisschen Stringsstoff? Willst du was? Dann frag ihn. Frank frag dich nach, er hilft dir gern. Frag Frank, Frank, Frank den Soldaten. Frank frag dich nach, er ist ein Schlaffang. 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 Frank, 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 Frank den Soldaten Frank ist sogar beim KSK Team Scheiße